Und damit, willkommen zurück zu einem neuen Part Super Mario 64. Letzter Part haben wir den Keller betreten und machen weiter bei der Wobawobwüste. Ja, ich glaube so heißt die. Ich hoffe, dass die so heißt. Und jetzt machen wir welchen Stern? Ich mache den hier. Wenn wir ihn bekommen. Komm. Yes. Easy. Wir schauen erst mal den ersten Stern für das Part. Ich komme mir immer noch nicht drauf klar, damit ich es echt geschafft habe, so weit zu kommen. Das ist echt nicht normal. Das ist echt nicht normal, damit es so schnell geht. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Wie viele Sterne? Blablabla, der fällt mir noch ein. Warte mal. Ey, komm, geh weg. Ey. Ich bin oben. Hallo. Kamera. Kamera. Kamera, ja. Kamera. Gut. Okay, jetzt weiter. Äh, mach mal das hier. Heilige. Wir müssen hier ja gar keine. Oh, Heilige Maria. Ja, die können wir auch noch mal so nebenbei einsammeln. Juckt eigentlich eh keinen, aber ist egal. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und mal wieder daneben. Ist das schön. Und wie... So mache ich... Stammfotracken da drauf. Ja. Ach, komm. Ich will nur... Also, please. Oh, danke. Okay. Haben wir die... Hier hoch? Ja? Und jetzt hier rein. Gut. Gut, 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 gut. Und jetzt hier rein. Gut. Läuft doch. Äh, und wir... Sollten wir eigentlich raus. Dann gehen wir halt eben hier raus. Dann fliegen wir eben... Als ob wir einfach ganz runtergefallen sind. Ja, dann machen wir eben diesen Stern zuerst. Und der ist jetzt einfach näher dran. Dann gehen wir nämlich jetzt hier rein und besiegen einen schönen Boss. Hype. Nämlich... Oh mein Gott. Zwei böse Hände. Die kennt man schon aus. Mario Kaders, beziehungsweise sie kommen da auch nochmal vor. Ja, und das war es eigentlich schon dabei. What? Äh... Man muss ihnen einfach die Augen... Also jeden dreimal die... In die Augen hauen. Eigentlich easy. Eigentlich easy. Wenn man immer so abwechselnd... Was? Er ist der Tod. Jetzt das dritte Leben ist etwas behindert. Ja. Im Wald... Äh, äh, ja. Piss dich. Watz. Und gefickt. Und gefickt. Da haben wir ihn besiegt. Da haben wir ihn besiegt. Und habe... Ja. Das Ganze abgeschlossen. Ja. So schön. Und... Ja, warte mal. Ja, okay. Da haben wir das jetzt. Dann machen wir als nächstes Dienst den her. Ja. Okay. Da kenne ich mich schon wieder ein bisschen aus. Aber der nächste... Ich stelle mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Beziehungsweise die nächsten zwei Sterne... Werden wir wahrscheinlich dann einfach nochmal... Ja. Insite blablabla. Ja, die weiß ich noch. Es gibt ja da auch noch so... Einen Stern. Äh, wie heißt ja? Fünf Geheimnisse. Was weiß ich. Wie auch immer das Ganze heißt. Er macht auf jeden Fall wieder was mit den Säulen. Also wieder laufen. Ey, was? Oh, wenigstens kein... Treib Sand. Heilige. Was? Und... Nächstes Mal... Ja... Geil. Und... Natürlich daneben. Ist natürlich klar... Ich habe irgendwie Angst. Jetzt nur noch hier rauf. Wart's. Oh. Okay, und wir haben es dennoch noch geschafft. Rein. Mal gleich hoch. Was? Wieso geht das nicht? Doch. Lol, da war ein Geheimnis. Lol, ich wusste, dass das hier... Fünf Geheimnisse. Aber wir machen zuerst den Stern hier. Ja, machen zuerst den Stern hier. Der soll eigentlich easy cheesy sein. Easy, easy. Easy. Und jetzt machen wir... Äh, die... Ja, jetzt machen wir die fünf Geheimnisse. Da gehen wir... Oder ich versuche es doch mal von oben. Ist eigentlich egal, wie wir... in die Pyramide gehen. Wenn der nur irgendwie oben besser... Ach komm. Ich hasse das hier mit dem... rauf. Ach komm. Hey, Bruder. Ja. Geht doch. Geht doch. Ach, was macht sie wieder? Mario, Mario. Es ist ziemlich langweilig für euch. Ich werde es dreimal machen. Also hier... Jedes... Verdammt... Ficken. Ich werde sterben. Geil. Sind wir schon mal tot? Sind wir schon tot? Ist... Was? Hä? Der Fuck? Ah, ich bin... Äh... Ja, ist egal. Nee, ist nicht wichtig. Wieso bin ich bitte game over? Warte, wieso zur Hölle? Bin doch gar nicht oft gestorben. Bin ich gestorben? Nein, eigentlich gar nicht. Wann bin ich bitte gestorben? Ja. Ach, ist es noch... Ich werde noch keine Leben geholt haben vom... Bowsers... Äh... Dings von Bowsers... Vom Bowsers Level vom ersten... Werde ich noch... Äh, von daher werde ich noch keine... Leben mehr gehabt haben. Hier habe ich ja im letzten Part so oft gefailed. Und man sieht, es fängt schon an, damit es schlechter wird. Von den Sternen her... Man merkt schon. Und man merkt doch, dass ich das Ganze jetzt schon ein bisschen verwirrt bin. Aber es soll doch irgendwie gehen. Vielleicht mal bla, bla, ja... Und wir sollten die... Ah, ja, danach mal... Ja. Und man sieht, ich schaffe es nicht mehr, äh, eine Welt in... Äh... Doch, eine Welt in einem Part, beziehungsweise... Ja, immer wieder so eine neue anzufangen. Ihr wisst schon, wie ich sie erst fünf gemacht habe. Aber habe ich es eigentlich immer geschafft, eine ganze Welt abzuschließen. Und... Und... Ja, das war's dann... Schodo, ich bin zu behindert. Please, ficken. Fuck. War das scheiße von mir. Wie man sieht, ja, ich... Es... Es geht schon los. Es geht los, aber ich schlechter werde. Bla, 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 bla. Ja, es fällt alles an. Juhu. Huuu. Aber wenigstens besser als ein paar andere Spieler. Ja, aber die Welt ist schon ein bisschen... Ist schon eine... Ja, komm, jetzt... Jetzt ist es aber auch nicht der Lustig. Jaaa. Oh, geil. Komm, hoch, 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 hoch. Waaah. Nicht runterfliegen. Ihr müsst einfach nur auf die vier Säulen. Ihr müsst keine Stampfattacke machen. Nur kommt man so besser auf die ganzen Säulen. Rauf. Ah. Ja. Und wir sind drin. Und wir sind drin. Und wir... Und da ist... Das geht... Als ob! Wieso denn nicht? Was war da? Was zur Hölle war? Was war denn das jetzt? Ja, ist eigentlich... Oh, komm. Es gibt fünf Geheimnisse und ich weiß... Als ob... Sehe ich... Ich denke, es ist gestört. Die sind doch alle hier oben. Ich kaufe ein... Ja, ist das geil. Was? Die fünf Geheimnisse sollen... Es sollten alle hier oben sein. Ich weiß ja schon, wo die F5 alle sind. Ah, wie komme ich hoch? Komme ich so hoch? Was? Es sollte hochkommen. Es sollte gehen. Das sollte gehen. Das... Da bin ich fest in Überzeugung. Was zum... Fick. Schon wieder, hä? Was los? Es beginnst so langsam... Nee, jetzt, warum komme ich da nicht hoch? Scheiß unsichtbare Winde, Alter. Oh. Aber hier komme ich hoch. Ja, komm, dreh dich um, du... Bist so ein Schwachmat. Echt so. Hallo. Mario. 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 Geh da verdammt nochmal hoch. Und das war, glaube ich, der falsche Weg. Ist mir aber eigentlich vollkommen egal. Ist mir egal, wisst ihr? Ja, ist mir eigentlich vollkommen egal. Ey, stirb, danke. Ey, hallo, mein kleiner Freund. Du, 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 du. Quatsch. Ey, yo. Und jetzt beginnt schon, wo ich mir denke, ja, ich würde so liebend gerne einen Safe-Sate setzen. Mach ich aber nicht. Und ich weiß, dass hier... Hier sind ein paar Geheimnisse, wenn wir sie einfach... als die drei Münzen, hier sind die, äh, so Geheimnisse. Ja, das Erste. Weiter, komm schon, komm, 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 schon. Und das... Es gibt auch noch ein Dr... Kamera. Kamera. Kamera, komm, 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 komm. Ja, es gibt da nur zwei? Oh, lol. Vielleicht werde ich das dritte wahrscheinlich nicht kennen. Oder doch? Wahrscheinlich nicht. ja denn da vorne ist nichts mehr kommt nach hinten okay dann wisst ihr schon mal weiß ich schon mal was ich nicht kann easy ich hasse es einfach hier muss das doch sein hier muss das doch sein die ich ja eigentlich es sollte eigentlich dann bald auf der höhe sein wo diese zwei verstecke noch sind war nicht weil ich hasse die kamera halt wieso wo kamera kamera okay da ist zum versteck okay alter wie soll das gehen nein kacke da sind die letzte geheimnisse sehe ich also doch recht geh dann sollte ich jetzt auch ach komm jetzt wird es los war doch schon eigentlich drüber komm kamera warum musst du so scheiße sein ja ist das nicht so ist es nicht zum drücken gerne es ist so gut die ganze sache hier was machst du er wieder und jetzt wird hier rüber reit der heilige ach komm dann rede ich eben wieder um also wir haben jetzt drei sterne in dem part ist noch vier sterne jetzt damit geben die 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 und wieso kann ich dieses lied also wieso wieso fällt mir dieses dumme nie wieder ein ja da unten ist was ja please nein scheiße fuck ich hasse es einfach nur wir haben das vierte also es gibt es gibt fünf das weiß ich bis wo bin ich als ob als ob das jetzt passiert ist quats ja hoch danke ich bin oben geil 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 und durch easy ich würde mir zu gerne selbst sitzen damit ich immer von oben wieder anfangen kann wie schon geh heilige was was bis zur okay nee ich mach mal kurz cut wir sind so wieder wahrscheinlich oben doch nicht nee gar nicht es geht auch so ach ja der part ist ja wieder so schön gefüllt mit einem stern mit einem stern einen stern der deinen namen trägt ficken ich hab's geschafft ich bin einfach vorbei ein stern der deinen namen nicht trägt weil er scheiße ist dein namen ist scheiße jeder namen ist scheiße es gibt keinen schönen namen und auch keinen hässlichen namen es gibt nicht mal hässliche menschen das ist ansichtssache okay gibt das wort hässlich und hübsch oder so weiter wie ich finde egal das ist nur ein blödsinn das reden wir uns nur ein das reden wir uns nur ein wo was zum okay dreh die scheiß kamera jetzt warum mich so auch hoch ist einfach genau da drüber aber ich könnte es glaube ich schaffen aber ich versuche nee ach komm ich will nicht mehr es ist halt echt nur noch witzlos wieso du fällst runter und bist einfach ganz unten ja geil und dann komme auch noch ich dazu der sowieso kein skill in spiel hat komm sag mit sich dich kann da nicht hoch willst du eigentlich willst du mich eigentlich also heute ist echt ein geiler part würde ich sagen ja ich lieb was war denn das schon wieder von dir Mario ich geist ja Mario ich weiß es doch dass du eine Behinderung hast und dass dir dabei nicht gut geht verpiss dich einfach ja nee das ist heute wieder was soll heute nee 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 geh jetzt hoch du verdammt da verdammtes da ist so ein behindertes Stück Scheiße was du immer bist ja hangel dich doch da okay nein du springst ja nicht rund oh alter nein nein du stirbst nicht das ist nicht euer ernst das ist echt nicht euer ernst wo sind die da sind die roten Münzen ah die blauen Münzen geh einfach hoch nee nee ich würde sagen ich schneide ich jetzt bis zum bis wir diesen dummen Stern haben denn ich habe keine Lust mehr ja es ist eigentlich ein Hype weil ich keine Lust mehr habe wir sehen uns gleich beim Stern als beziehungsweise wer das letzte Erheimnis holen hallo bitte hochgehen das mache ich jetzt noch geht wir sehen uns gleich wieder hm 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 heilige Gott hm 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 Wir haben es nach 5 Minuten endlich geschafft, Leute. Ja, wo müssen wir jetzt genau hin? Kamera. Ich hasse die Kamera. Ich hasse die Kamera. Wieso kann sie sich nicht einfach so ausrechnen, wie man will? Ich hasse sie einfach nur noch. Ich weiss, wie damit der vornetze Stern ist, hoffentlich, ja. Und damit verabschiede ich mich für den Part, äh, oder von euch. Aber ich würde mal sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal bei Super Mario 64. Ich habe zwar heute noch 4 Sterne geholt, aber im nächsten Part wird es wahrscheinlich wieder etwas besser. Haut rein und ciao!